wie teorie und schön das wieder das jetzt so kann ich glaube dass ich üben kann lieber steuer ich hoffe das nicht widers aber wird schon hier an. Gut, hallo, bitte nicht zur... Ah, bringen wir nach rechts gehen, interessant. So, wir machen mal wieder Play. Äh, wo waren wir denn? Ich weiß schon gar nicht mehr. Puh, Kinderprobleme. Ah, das war's. Ich muss kurz ein bisschen aufmachen, weil es bei mir wieder 1000 Grad hat. Das ist das ja. Gut, so. Ah, okay, die werden das. Ah ja, das habe ich ausgeschalten. Wir haben nicht genug Arbeit erhalten sonst. Äh, das machen wir jetzt wieder... Hey, die arbeiten doch mal. Äh, ja, okay, die hat jetzt nichts total. Das Problem ist einfach immer noch, dass das nicht so hinhaut, wie die es machen. Weil der jetzt nicht hinhaut so. Ist das der Radius, wo das hinhaut? Ein normales Tiss, wenn das immer so einen Rand hat, ist das der Umkreis? Ah, wo der macht? Fuck. Hm. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wie es wirklich ist. Verdammte Entschuldigung. Ich bin voll in den Stich gerannt. Mann. Wie ist jetzt das? Was ist da los? Was ist da aufgebracht? Ja, schön. Ja, dies ist wieder wichtig, dass man dies davor macht. Ja, eh, klar. Das ist ja wieder klar. Ja, macht es halt dies dann. Ich stehe jetzt da rum rum, aber jetzt nicht das, was du machst. Ich checke es halt einfach nicht. Mein Gott, die Logik verstehe ich einfach nicht. Da hat sie einfach das scheiß Haus, hey. Nein, lieber fang es jetzt mit dem an, gell? Really? Das ist jetzt mal wieder... Ich will jetzt schauen, dass wir das hier jetzt mal anfangen. Jetzt haben sie zwei fertige Materialhäuser, aber da sind sie eingeteilt und das machen sie. Ah, jetzt fang da mal an. So. Wenigstens tun sie jetzt mal was. Was ist das halt so? Ah, das ist schon wieder. Okay. Gehen wir da mal gleich. Macht sie das auch noch gleich. Dann geht's da hin. Was haben wir da hier? Schmied? Jagd? Wird's raus? Ah, ja. Okay. So, ich sag, äh... Ja, wenn das aber nicht so funktioniert, würde ich sagen, dann... haben wir ein bisschen ein Problem. Das kann ich euch sagen. Okay, schon. Jetzt ist es leicht fertig machen können. Ja. Boah, die sind alle richtig alt. Die... Ist das jetzt männlich oder weiblich? Ich weiß es überhaupt nicht. Ja. Da fällt der Kräutersohn oder die Kräutersohn oder die Kräutersohn, sondern die wird bald stehen. Oh, der Föster, boah, macht das Haus fertig leid, so, oh, die haben ja nur leider, ach du kacke, boah, hier 33, puh, macht mir das auch mal gleich noch, boah, das ist aber ganz schiehantig, okay, was, ach du scheisse, die schaffen nicht mehr, weil das Feld zu mobieren, ach du kacke, 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 die bin ich gar nicht gekommen, da sind wir eher heißen, mein Gott, da müssen die Apfel aufhören, ja, bin mir schon klar, wenn du auf der anderen Seite von der Welt wohnst und in deinem Forsterhaus nicht einhotzt, die gehen bei 5er Geschwindigkeit, geht das so, holst du es dort, bei dem, boah, hier, woanders, was, 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 ich verstehe ich verstehe es nicht kaputt aber irgendwie hat er an null arbeiter da der macht aber irgendwie nie was wo sind ja eigentlich holzocker mein gottes rennt er wieder darauf war um gestern erwähnt ding es ist so schwierig dass man design geht oder was die zwei brannten eigens haus es wird jetzt gerade gebaut und dann hätten wir mal eins für die kinder ach du kacke 20 leute ist für jemand gestorben ach du kacke wir haben ein echtes problem jetzt hat ich glaube dass man das gar nicht schaffen macht jetzt dies aus wieso ist das andere fertig noch zu stellen oder baut er das jetzt nur der wird auf beide ohren weil das ist so viel nerviger ist für beide uns machen dann geht es auch viel schneller dann haben wir nämlich nicht schon mehr haus ich bin schon baue das jetzt endlich mal was tut denn die wo ist die person die wo dies bauen muss ich merke ich merke wie du arbeitest du sollst eigentlich das haus fertig bauen ich weiß nicht wie du was rumgurken kannst der hat jetzt einen schlag gemacht einen wir haben auch keinen schmied mehr ach du kacke ich muss ja den Förster abziehen das ist mir wurscht das ist was das wollen wir unbedingt brauchen und ich denke wir nicht weit dann gehen wir uns das Werkzeug aus und dann ist es vorbei ach du kacke ja komm her was tut er denn also manchmal frage ich mich bei denen schon irgendwie also jetzt lasse ich da schon das ganze jahr durchlaufen und es kommt keiner der wo das baut ich weiß nicht warum aber sie kommen einfach nicht was werden denn die bitte immer noch keiner das gibt es doch nicht ich hab jetzt einmal einen schlag gemacht gell und dann wieder gegangen warum besuchst du bitte den Kräuter sammler jetzt halt du sollst fucking noch mal arbeiten auch wenn du einer 70 bist ich check's einfach nicht jetzt haben wir kein Essen mehr kein Brennholz mehr nein eine Fresse so so Schüler ja klar jetzt geht uns Essen aus kalt ist ach du kacke ich glaub langsam noch mal drauf dass wir das noch schaffen leider einfach viel zu alt das ist eigentlich niemals Problem das Problem ist dass die Irbe dass da keiner kommt irgendwie das witzlos sie bringen uns schwer anstatt dass dann gleich so ab dann gehen sie dann wieder dann geh ich erstmal zum Kräuter sammler weil das ist ja wichtig in dem Moment erstmal zum Kräuter sammler geh und dann weiß was ich tun muss das gibt's nicht das ist was was mich aufregt das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht gegen Haus da bauen das ist so schwierig bauen nicht wieder weiter rennen genau das ist das was ich meine auf einmal so weg bringt die letzten zwei Steine und geht dann kannst du jetzt zwei Jahre drauf an und lass dir das fertig gebaut wer ist jetzt gestorben der Schienenbauer ist verhungert ja eh klar jetzt wird's immer schlimmer jetzt verhungern uns wieder alle das sag ich ich sag dass uns alle verhungern jetzt passt doch den Scheiß zufett wenn du jetzt das anfängst ich sag's dir das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht ja baut mein Gott hey drückt dreimal hier an und her auf mach doch den Scheiß fertig jetzt haben wir den halben Winter schon wieder vorbei und sie haben es nicht geschafft dass sie auf ein Jahr ein Haus bauen das ist schon echt traurig klar jetzt fangen wir einfach mal mit dem anderen Haus an weil das ist ja jetzt wichtig also das was schon fast steht ja fangen wir mit dem anderen an weil das so machbar ist meine Güte das gibt's doch nicht wo bleibt denn die bitte komm schon jetzt mach's ja bitte fertig geht doch die kriegen jetzt noch ein Kind das weiß ich aber die haben kein Essen die verrecken uns ja der hat's eh nicht von Tico das erlebt ganz ehrlich bei dem ist's mir wurscht bei dem einmal eben ja was der was getan hat nicht sehr tragisch da braucht man unbedingt nur an zwei Schüler zwei haben kalt klar das hat noch keine Fresse ach du Kacke ja das ist ja jetzt gibt's ja hier jetzt verhogen das Jetzt sind wir wieder bei 14 Leute, die haben uns wahrscheinlich verhungert, oder? Naja, die kriegen wir kein Kind, weil das Kind dann verhungert, Förster verhungert, wir haben keinen einzigen Förster mehr jetzt. Wir können im Prinzip vielleicht schon wieder rein aufhangen. Im Prinzip können wir schon wieder rein aufhangen. Wir können uns wieder rein aufhangen. Wir können uns wieder rein aufhangen. So lebt einer, super, mein Gott. Die müssen jetzt schon lange ausgelärt sein. Ja, wie ist jetzt gestorben? Ja, super, Holzsack ist auch noch gestorben. Jetzt können wir aufhören. Den Stock können wir schon wieder aufhören. Ich hab gut angefangen und dann hab ich gefehlt. Ja. Jetzt verrückt man sonst nachher noch. Wir haben auch keinen, weil der war am Feld labert. Später früh lang müsst ihr schon lange außer draußen sein. Der jetzt doch den fucking Scheiß, was ihr machen sollt. Ich weiß nicht, was die werden. Jetzt sind uns zwei Leutchen instinkt gestanden. Schmied, Bauer, Bauer. Ich kann nix machen. Jetzt geht mir einer aufhören. Und jetzt wieder weg. Ich sag, ich sterbe uns jetzt halt, weil ich nix machen kann. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch retten soll. Oh, Bauer. Ich hab sogar weggefahren gehört. Oh, Bauer. Oh. Scheine mal zu, wie sonst sterben. Was anderes wird eh nicht passieren wahrscheinlich. Und die nächsten sterben. Jetzt ist er noch erwachsen und er ist gestorben wahrscheinlich. Jäger. Ja genau. Ein Schüler verhungert. Das kannst du vergessen. Ich weiß nicht warum da jetzt auf einmal was war. Es sind vier Leute am Pfädchen drin. Aber es sind zwei da, die da was tun. Und dann gehen sie. Und dann geht der nächste. Wie sollte denn das Feld, was wär mit keiner da ist. Ganz ehrlich. Jetzt so gescheit. Ich weiß nicht mehr wo die zu essen hier haben. Mit Fleisch oder was. Ich weiß nicht was da zum essen da ist. Was da. Ich hab keine Ahnung. Da was zum essen sein soll. Da was zum essen oder was. Jäger haben wir nix mehr. Ich weiß nicht wo da was zum essen sein soll. Und jetzt ins Essen weg. Jetzt sterben sie uns alle weg. Das kannst du jetzt so vergessen. Ich hab gar nix mehr zum essen. Da haben wir kein Feuerholz mehr. Ja da ist Wildbret auch gut. Super. Ja klar. Da habe ich auch 118 Wildbret für sich allein. Weil das tut mir ja. Nicht der Mensch. Mein Gott hätte ich leid. Nein nein nein. Meine Fresse. Ich hätte ihn alle so. So sauggemacht einfach. Die hätte ich mich alle allein. Es kann gar nix mehr werden. Oh jetzt sterben sie uns alle weg. Jetzt haben wir nur 5 Leute. Ohhhhhhhhhh. Ich muss morgen neu anfangen. Mann. Scheiss da. Mit Abkommen soll ich so nix mehr machen. Ja jetzt früher. Oder. Wo ist er denn. Es war sogar noch Bauer. Lustigerweise. Wieso er nicht da rein geht. Okay. Da ist nicht eingekotzt. Aber. Okay es ist eigentlich nix mehr eingekotzt. Entweder er früh oder er wangert. Wann soll ich nichts versachen. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Was. Und wo stirbt er. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Und das schauen wir uns morgen an. Na schmarrn. Scheiss egal. Ich weiß nicht was du. Was du. Wenn wir alles hier rein gehen. Was tust denn du. Warum tust denn du da Kräuter reinlagern. Ich versteh den nicht da. Äh. Verfolgen. Der verrückt uns jetzt gleich irgendwo her außen. Ich kann mir sowieso noch mal größer werden. Das ist jetzt eh schon vorbei. Dann haben wir bloß noch einen. Und da eh nirgends mehr eingekotzt ist. Ich weiß nicht was der tut. Aus Bauer dann irgendwo hinten im Wald. Das versteh ich nicht. Was das bringen soll gerade. Ah. Zum Kräuter sind wir ja gar nicht angestorben. Jawohl. So schafft man es. Dass man eine Zivilisation so klein schon wieder untergelassen hat. Mein Gott. Super. So gut angefangen. Es hat so gut angefangen. Ja. Oh. Nein. Wir haben ja so echt schon viel flach lang gehockt. Und vielleicht kriege ich das noch ein bisschen besser hin. Dass wir noch ein bisschen. Obwohl wir eigentlich schon. Ja. Die paar Berge. Wie man hört. Wir nerven eigentlich mehr an die Berge. In diesem Moment sind wir das noch ein bisschen weggehockt. Ich weiß nämlich gar nicht. Auf alle Fälle. Ah. Schön, dass ihr da wart. Und. Bis morgen in der neue Stadt. Was euch gefallen hat. Lasst ein Like da. Was euch. Insgesamt gefallen hat. Was wir bis jetzt so gemacht haben. Gebt ein bisschen mehr da auf meinem Channel. Dann lasst ein Abo da. Ist immer wieder schön. Ein paar neue Communitymitglieder zum kriegen. Also. Bis morgen. Habt einen schönen Tag. Hauwagiri.